Ich bin Peppa Wutz, das ist mein kleiner Bruder Schorsch, das ist Mama Wutz und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz Der Seetest Peppa und Schorsch spielen mit Pedro Polly. Sie hüpfen in Matschepfützen. Pedro ist ausgerutscht. Seine Brille ist runtergefallen. Wo ist meine Brille geblieben? Ohne Brille kann Pedro nicht so gut sehen. Schorsch hat Pedros Brille gefunden. Dummer Schorsch. Hier ist sie wieder. Dankeschön. Pedro, warum trägst du eigentlich eine Brille? Ich brauche sie. Der Optiker hat das gesagt. Was ist ein Optikier? Mein Vater ist Optiker. Er guckt nach, ob du gut sehen kannst. Aber wie? Kann er in deinen Kopf schauen? Er macht einen Seetest. Soll ich mal deine Augen testen? Ja, wir machen einen Seetest. Wird gemacht. Hm, interessant. Mach ein Auge zu und sag, was du siehst. Ich sehe da Schorsch. Beide Augen bitte zumachen. Jetzt sehe ich gar kein bisschen mehr. Hm, gar kein bisschen mehr. Alles sehr interessant. Ich schätze, du brauchst eine Brille. Oh, wirklich? Ja. Pedro, wir fahren. Wiedersehen, Pedro. Nein. Wiedersehen. Mama, ich brauche eine Brille. Was? Pedro hat meine Augen getestet. Und ich brauche eine Brille. Ich glaube, deine Augen sind gut. Nein, Mama. Wenn ich meine Augen zumache, dann kann ich gar nichts sehen. Aber niemand kann sehen, wenn er die Augen geschlossen hat. Oh. Wer meint, er braucht einen Seetest? Pedro weiß alles über Seetests. Sein Vater ist Optikier. Abgemacht, Peppa. Wir gehen zum Optiker und du machst einen Seetest. Gehen wir sofort? George, willst du auch einen Seetest machen? Nein. Nein. Peppa ist beim Optiker. Nee. Der Optiker ist Herr Pony. Hallo, Peppa. Bitte nimm Platz. Und? Was kann ich für dich tun? Ich möchte bitte einen Seetest machen. Aber gern. Setz diese Spezialbrille auf und dann schau auf die Tafel. Herr Pony testet Peppers Seekraft. Kannst du mir bitte diese Buchstaben vorlesen? Ja, gern. Ähm. A, B, C, D, E, F. Gut. Und jetzt die Zahlen bitte. Ähm. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sehr gut. Und jetzt bitte diese Farben. Rot, grün, orange, blau, gelb, lila. Exzellent. Möchtest du ein paar Brillen anprobieren, solange ich den Test auswerte? Ja, gern. Was sagst du zu dieser hier, Peppa? Die ist witzig. Finde ich auch. Und was sagst du zu der? Die ist viel zu groß. Was ist mit dieser? Ui, die mag ich ganz doll, Mama. Ja, Peppa, du siehst fantastisch aus. Ich seh fantastisch aus. Gute Neuigkeiten. Peppers Seekraft des Bestens. Oh, also brauche ich gar keine Brille? Nein. Aber ich würde gerne eine Brille tragen. Oh. Hm. Ich schlage vor, du nimmst einfach eine Sonnenbrille. Ja, eine Sonnenbrille. Hier, bitte sehr. Fantastisch. Die Sonne soll jetzt jeden Tag scheinen. Dann kann ich immer meine Sonnenbrille anziehen. Die Tankstelle von Opa Clef. Das ist die Tankstelle von Opa Clef. Da kommen Peppa und ihre Familie mit ihrem Auto. Hallo, Klausi. Hallo, Peppa. Was können wir für euch tun? Wir haben Benzin, Luft für die Reifen und eine neue automatische Waschanlage. Äh, zwei Eis am Stiel, bitte. Oh. Aber sicher. An der Tankstelle von Opa Clef gibt es viel zu kaufen. Sogar Eis am Stiel. Danke. Danke. Wiedersehen. Wiedersehen. Ich liebe unser Auto. Und unser Auto liebt uns auch. Oder nicht? Auweia. Das Auto ist stehen geblieben. Das ist nicht gut. Es springt nicht an. Ich weiß was. Ich rufe Opa Clef an. Opa Clef haben wir parat. Hilfe. Unser Auto ist kaputt gegangen. Klausi, wir haben einen Notfalleinsatz. Yippie. Rettungsaktion läuft. Rettungsaktion läuft. Guckt mal. Da sind Klausi und Opa Clef. Hurra. Opa Clef weiß alles über Autos. Hm. Ist es was Ernstes? Nein. Ihr habt bloß kein Benzin mehr. Was sollen wir tun? An meiner Tankstelle gibt es genug Benzin. Ich schleppe euch ab. Opa Clef schleppt Peppers Auto zurück zu seiner Tankstelle. Opa Clef tankt Peppers Auto mit Benzin auf. Danke, Opa Clef. Da kommt Luzi Locke mit ihrer Mama angefahren. Hallo, Peppa. Hallo, Luzi. Wir hatten kein Benzin mehr. Opa Clef hat uns gerettet. Boah. Wie aufregend. Tschüss, bis später. Wiedersehen. Oh nein. Aus dem Reifen ist die ganze Luft raus. Muss Opa Clef uns retten kommen? Ich glaube schon. Opa Clef am Apparat. Verstehe. Keine Panik, Mama Locke. Bin unterwegs. Rettungsaktion läuft. Darf ich auch mit? Hüpf an Bord, Peppa. Rettungsaktion läuft. Rettungsaktion läuft. Hallo, Luzi. Willkommen, um euch zu retten. Hurra. Opa Clef füllt wieder Luft in den Reifen. Danke, Opa Clef. Hier kommen Oma und Opa Wutz mit ihrem Auto. Hallo zusammen. Hallo, Opa Wutz. Hättet ihr gern etwas Benzin oder Luft? Nein, danke. Ich möchte deine neue Waschanlage ausprobieren. Selbstverständlich. Sie ist computergesteuert. Willkommen. Ich bin die Waschanlage der Zukunft. Oh. Zuerst Seifenlauge. Dann spülen. Und zum Schluss polieren. Entschuldigung, ein Fehler ist aufgetreten. Auweia. Der Computer ist kaputt und Opa Wutz Auto steckt fest. Ah, unternimm etwas, Opa Clef. Oh, ich weiß nicht, wie man Computer repariert. Mein Papa hat unseren Computer repariert. Äh, na ja, ich hab ihn eigentlich nicht repariert. Ich hab ihn... Gut, dann ist das ein Auftrag für Papa Wutz. Hm. Vielleicht schalte ich ihn einfach mal aus. Und dann schalte ich ihn wieder ein. Papa Wutz hat die Waschanlage repariert. Hurra! Opa Clef ist der beste Autoreparierer. Aber mein Papa hat die Waschanlage repariert. Oh, 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 oh. Ein nebliger Tag. Peppa und Schorsch gehen heute auf den Spielplatz. Sollen wir zum Spielplatz fahren? Nein, wir laufen. Guck mal, der ist doch gleich da drüben. Der Spielplatz ist ganz in der Nähe. Ho, ho. Na gut, wir laufen. Alle mal hier entlang. Wir gehen auf den Spielplatz. Wir gehen auf den Spielplatz. Oh, wo ist der Himmel hin? Keine Sorge, Peppa. Das ist bloß Nebel. Was ist Nebel? Nebel ist eine Wolke, die auf dem Boden ist, statt oben am Himmel. Das ist sehr dichter, Nebel. Ich sehe gar nichts mehr. Hm, wir gehen besser wieder nach Hause. Ja, wir gehen ein andermal auf den Spielplatz. Oh. Es ist zu neblig, um den Spielplatz zu finden. Peppa und ihre Familie müssen wieder nach Hause gehen. Also, wo geht's nach Hause? Haben wir uns verirrt, Papa Wutz? Ho, ho. Keine Sorge. Ich weiß genau, wo wir sind. Hier lang. Wer hat den Baum hier hingestellt? Papa Wutz ist gegen einen Baum gelaufen. Alles in Ordnung, Papa Wutz? Ja, alles klar. Hier lang. Papa Wutz, weißt du, wo du hingehst? Ja, natürlich, Mama Wutz. Ich glaube, wir finden unser Haus niemals wieder. Ho, 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 ho. Sicher finden wir es wieder, Peppa. Wir sind bloß in unserem Garten. Oh, die Enten. Hallo, ihr Enten. Habt ihr euren Teich verloren? Wir haben uns verlaufen. Wir haben uns nicht verlaufen. Ich weiß genau, wo wir sind. Auf Wiedersehen, ihr Enten. Viel Glück beim Teichsuchen. Oh. Papa Wutz hat den Ententeich gefunden. So ein Glück. Ja, ein echter Glücksfall. Papa, die Enten sagen Dankeschön. Es war mir ein Vergnügen, liebe Enten. So, jetzt suchen wir unser Haus. Ich bin sicher, es geht hier lang. Hallo. Habt ihr auch was gehört? Ja, ich glaube, ich hörte, wie jemand sagt... Hallo. Es ist Traulöffel mit Luisa und Linus. Hallo, Peppa. Wir haben uns verlaufen. Hallo, Luisa. Wir uns auch. Wir wollten eigentlich zum Spielplatz gehen. Ja, wir auch. Aber es ist zu neblig, um da hinzukommen. Alle Mann, hier lang. Zurück zu unserem Haus, bis der Nebel sich verzieht. Papa Wutz, weißt du, wo du hingehst? Natürlich weiß ich das. Hier lang. Ja, Papa Wutz. Ich habe unseren Hügel gefunden. Gleich sind wir zu Hause. Hurra! Unser Haus steht nämlich genau hier. Oh, Papa Wutz hat eine Leiter gefunden. Das ist komisch. In unserem Garten gibt's keine Leiter. Du meine Güte. Kannst du sehen, wo wir sind, Papa Wutz? Ja, kann ich. Papa, wo sind wir? Komm und guck's dir an. Mach ich. Ui. Ui. Jetzt kann ich wieder alles sehen. Der Nebel verzieht sich. Wir sind auf dem Spielplatz. Hurra! Hui. Wir sind auf dem Spielplatz. Wir sind auf dem Spielplatz. Hui. Hui. Bippen. Bippen. Papa. Mama. Wir sind auf dem Spielplatz. Na, was für ein Glück. Ich dachte bloß, wir wollten nach Hause. Dachte ich auch. Vielleicht haben wir uns doch ein kleines bisschen verlaufen. Flohmarkt. Draußen regnet es und das Kindergartendach hat ein Loch. Kinder, wir veranstalten einen Flohmarkt. Und von dem Erlös bekommt unser Kindergarten ein neues Dach. Hurra! Jeder von euch sollte etwas für den Flohmarkt spenden. Was zum Beispiel? Altes Spielzeug oder irgendetwas, was ihr nicht mehr braucht. Miau. Da kommen die Eltern, um ihre Kinder abzuholen. Schluss für heute. Und denkt an euer altes Spielzeug für den Flohmarkt morgen früh. Peppa sucht ein Spielzeug für den Flohmarkt aus. Peppa, hast du dich entschieden? Ähm. Du brauchst nur ein Spielzeug zu spenden. Ja. Und denk dran. Es ist für das neue Kindergartendach. Na gut. Dann spende ich den Dinosaurier. Der Dinosaurier ist das Lieblingsspielzeug von Schorsch. Peppa, du kannst doch nicht den Dinosaurier weggeben. Wirklich nicht? Nein. Wenn ihr meint. Entschuldigung, Schorsch. Schorsch. Schausier. Warum nimmst du nicht dein altes Schachtelmännchen? Also gut. Jetzt bist du dran, Papa. Was? Wir müssen alle was für den Flohmarkt spenden. Ich spende diesen Hut und Schorsch spendet den gepunkteten Ball. Und was soll Papa spenden? Ich weiß, du nimmst den Fernseher. Nicht den Fernseher. Nein, den brauchen wir noch. Ähm, ich weiß was. Papas stinkige Pantoffeln. Nein, zu stinkig. Ich weiß was. Papa sollten Sessel. Aber der ist antik. Was heißt denn antik? Antik heißt, er ist sehr alt und wertvoll. Aber du hast ihn auf dem Sperrmüll gefunden, Papa Wutz. Er ist wertlos. Wenn ich ihn repariere, ist er viel Geld wert. Aber das sagst du schon ewig, Papa Wutz. Ich weiß was. Ich spende diese Socken. Selbst gestrickt von Oma Wutz. Gut. Ich komme, um eure Sachen für den Flohmarkt abzuholen. Hier, bitte sehr. Dankeschön. Und wollen Sie auch noch diesen alten Sessel? Oh, wie großzügig. Wiedersehen. 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 Mama, du hast Papas Sessel weggegeben. Sch, sag's ihm nicht. Das merkt er doch nie. Der Flohmarkt-Tag ist gekommen. Hallo. Hallo, Frau Löffel. Pepper, wie wär's mit diesem Sessel? Er ist ein bisschen schäbig. Aber ihr könnt ihn zu Feuerholz verarbeiten. Aber der ist antik. Wirklich? Papa sagt, der ist ein Haufen Geld wert. Also sowas. Dann gehe ich aber mit dem Preis rauf. Wiedersehen. Hallo zusammen. Hallo, Pepper. Was hast du gespendet, Luzi? Mein Krankenschwesterkostüm. Und ich meinen Papageienballon. Und ich meinen Kuschelaffen. Oh, oh, oh. Ich werde mein Schachtelmännchen vermissen. Ich hätte gern dieses Schachtelmännchen, bitte. Und ich dieses Krankenschwesterkostüm. Den Papageienballon, bitte. Mama, Mama. Guckt, was wir gekauft haben. Euer altes Spielzeug. Wir haben's vermisst. Guckt mal, was ich gekauft habe. Einen antiken Sessel. Oh, Papa Wutz. Das ist kein antiker Sessel. Eben doch. Frau Löffel hat es gesagt. Und der passt zu meinem alten. Ja, Papa. Und das liegt daran. Psch, Pepper. Dass es dein alter Sessel ist. Was? Aber Frau Löffel hat mir gerade einen Haufen Geld dafür abgeknöpft. Fantastische Neuigkeiten, Herrschaften. Wir haben jetzt genug Geld beisammen für ein neues Kindergartentag. Hurra! Danke, Herr Wutz. Ho, ho. Sehr gern geschehen. Schwimmen. Pepper und ihre Familie gehen schwimmen. Papa Wutz trägt seine Badehose. Mama Wutz trägt ihren Bikini. Pepper trägt ihren Badeanzug. Beeil dich, Schorsch. Wir warten schon alle. Schorsch trägt seine Badehose. Pepper, Schorsch. Papa zieht euch noch eure Schwimmflügel an. Hier, Schorsch. Mit den Schwimmflügeln siehst du schon groß aus. Jetzt ich. Gut, jetzt können wir ins Wasser gehen. Hurra! Schorsch ist zum ersten Mal im Schwimmbad. Steck doch erst mal einen Fuß ins Wasser. Vielleicht solltest du mal den anderen Fuß probieren. Vielleicht sollte Schorsch einfach beide Füße nehmen. Gute Idee. Gut gemacht, Schorsch. Aber vielleicht könntest du weniger rumspritzen. Da kommt Luisa Löffel mit ihrem kleinen Bruder Linus Löffel. Hallo, Luisa. Hallo zusammen. Linus, halt dich am Brett fest. Dann kannst du den Beinschlag üben. Schorsch, möchtest du auch Beinschlag üben? Hoho, sehr gut. Aber versucht nicht so zu spritzen. Große Kinder spritzen nicht. Wir können schon sehr gut schwimmen. Wenn Schorsch und Linus älter sind, können sie bestimmt genauso gut schwimmen wie wir. Nicht wahr, Luisa? Ja. Linus hat eine Spielzeug-Gießkanne. Lass das, Linus. Oh. Oh je. Linus hat seine Gießkanne ins Wasser fallen lassen. Mami. Tut mir leid, Linus. Ich komme nicht dran. Sie ist viel zu tief unten. Mami. Ich kann unter Wasser nicht schwimmen. Noch nicht mal ich kann unter Wasser schwimmen. Hm. Halt bitte mal meine Brille, Mama Wutz. Hurra. Hier, bitte schön. Gut gemacht, Papa Wutz. Ich kann schon ganz gut unter Wasser schwimmen. Hä? Die Gießkanne ist doch für Babys. Dürfen wir jetzt vom Sprungbrett springen? Tut mir leid, Peppa. Die Sprungbretter sind nur für die Großen. Oh. Macht euch nichts draus. Ihr könnt zugucken, wie ich springe. Dummer, Papa. Dein Bauch ist doch zu dick. Ho, ho. Unsinn. Als ich jung war, habe ich beim Springen Preise gewonnen. Aber das ist doch schon eine Weile her, Papa Wutz. Zum Glück habe ich mich stark und fit gehalten. Bitte halt meine Brille, Mama Wutz. Ihr habt eine bessere Sicht, wenn ihr von der Seite aus zuseht. Bitte spritzt uns nicht mit Wasser nass, Papa. Natürlich spritze ich euch nicht nass, Peppa. Ich glaube, ich brauche ein höheres Brett. Bitte sei vorsichtig, Papa Wutz. Ja. Spritzt uns nicht nass, Papa. Ho, ho. Oh, keine Sorge, Peppa. Bitte spritz uns bloß nicht nass, Papa. Ich habe doch gesagt, dass ich nicht spritze. Schlauer, Papa. Gut gemacht, Papa Wutz. Mein Handtuch brauche ich nicht. Ich habe einen besonderen Trick, mich zu trocknen. Papa Wutz hat alle mit Wasser nass gespritzt. Papa Wutz. Entschuldigt bitte alle. Kleine Wesen Peppa und Schorsch helfen Opa Wutz bei der Gemüseernte. Peppa, hier ist ein Salat. Dankeschön, Opa. Oh, was ist denn das? Wow, da sitzt ein scheußiges Monster mittendrin. Monster. Ho, ho. Das ist doch kein Monster. Das ist bloß eine kleine Schnecke. Oh, wohin ist sie verschwunden? Sie versteckt sich im Schneckenhaus. Wohnt sie denn da drin? Ja, es ist ihr Haus. Schau, sie kommt wieder raus. Da ist sie. Hallo, Frau Schnecke. Opa, hat denn Frau Schnecke auch ein Bett in ihrem Haus? Ho, ho. Nein, Peppa. Wenn ich eine Schnecke wäre, hätte ich ein Bett und einen Tisch und einen Stuhl und einen Kühlschrank und einen Fernseher. Ha, 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 ha. Körbe sind euer Schneckenhaus. Genau. Jetzt seht ihr wirklich aus wie zwei freche Schnecken. Und am liebsten essen wir Opas ganzen Blattsalat aus. Oh, fort mit euch von meinem zarten Salat, ihr frechen Schnecken. Und wenn Opa mit mir schimpfen will, verkrieche ich mich in mein Schneckenhaus. Ha, 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 ha. Peppas Freunde sind gekommen. Hallo, Opa Butz. Hallo, Luzi. Kommst du zum Spielen und suchst Peppa und Schorsch? Ja. Wenn ich bloß wüsste, wo sie sind. Ich bin allein mit diesen beiden Schnecken hier. Wir sind freche Schnecken. Wir sind freche Schnecken. Überraschung. Wir spielen, wir wären zwei freche Schnecken. Können wir auch Schnecken sein? Ich befürchte, ich habe nicht für jeden von euch einen Korb. Ihr könntet doch auch etwas anderes sein. Da gibt es viel Spannendes in einem Garten. Eine Karotte? Luisa Löffel mag gern Karotten. Nein, Luisa, keine Karotte. Kommt doch mal her. Was ist das für ein Gesumm? Es kommt hier aus dem kleinen Haus. Du, Opa, warum kommt hier aus dem Puppenhaus dieses komisch summende Geräusch? Das ist kein Puppenhaus, Peppa. Es ist ein Bienenhaus. Genannt Bienenstock. Oh. Seht mal, hier kommt eine. Was will sie denn nur? Sie sammelt den Nektar aus den Blüten und fliegt dann zum Bienenstock, um Honig daraus zu machen. Hm, ich liebe Honig. Wollen wir Biene spielen? Summ, Summ, Summ. Ja, wir sind Bienen. Summ, 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 Summ. Ha, 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 ha. Fein. Welch fleißige Bienchen. Genau. Wir sind fleißige Bienen. Buh. Und jetzt fliegen wir zum Bienenstock zurück und machen Honig. Buh. Buh. Gütiger Himmel, was ist denn hier los? Omi, wir sind fleißige Bienen. Bzzz. Ah, mögen die fleißigen Bienchen Toast? Ja, bitte. Was mögt ihr denn gern auf euren Toast? Honig. Ihr habt Glück. Genau das habe ich gemacht. Toast mit Honig. Hurra. Ich bin gerne eine Biene, weil sie dauernd leckeren Honig essen. Ich bin gerne eine Schnecke. Sie essen Opas ganzen Blattsalat. Oh. Oh. Du frecher Schlingel. Oh, 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 oh. Im Büro von Papa Wutz. Heute ist ein besonderer Tag. Peppa und Schorsch fahren mit Papa Wutz in sein Büro. Papa, was machst du so den ganzen Tag in deinem Büro? Lauter lustige Dinge. Ich zeig's euch. In diesem Bürohaus arbeitet Papa Wutz. Wir sind da. Hurra. Ja? Hallo. Hier ist Papa Wutz. Hallo, Papa Wutz. Darf ich auch mal da drauf drücken? Hoho. Na klar, Peppa. Ja? Ich bin's. Hallo, du Ich. Komm rein. Mein Büro ist im obersten Stock. Wir fahren mit dem Aufzug. Darf ich den Knopf drücken? Ich glaube, Schorsch ist mal dran. Drück den obersten Knopf, Schorsch. Der Lift fährt mit Peppa, Schorsch und Papa Wutz bis zum obersten Stockwerk. Oberstes Stockwerk. Türen öffnen automatisch. Das ist das Büro von Papa Wutz. Hallo alle zusammen. Hallo, Papa Wutz. Hallo, Papa Wutz. Herr Löffel und Frau Mieze sind Kollegen von Papa Wutz. Heute habe ich zwei ganz besondere Besucher mitgebracht. Peppa und Schorsch. Wir sind sehr geehrt. Jetzt beginnt die Führung. Herr Löffel, können wir an Ihrem Platz beginnen? Mit dem größten Vergnügen. Meine Arbeit dreht sich hauptsächlich um Zahlen. Ich nehme überaus wichtige Schriftstücke, wähle den entsprechenden Stempel und stempel sie damit ab. Boah. Was für einen tollen Beruf, Herr Löffel hat. Darf ich auch einmal stempeln? Na klar. Ich hole dir schnell Papier. Hier ist doch Papier. Vielleicht nehmen wir lieber etwas leeres Papier. Hier, bitte sehr. Peppa stempelt gerne Papier. Ich mag Ihre Arbeit, Herr Löffel. Weiter geht's mit der Führung. Nächste Station, der Platz von Frau Mieze. Miau. Hallo, Peppa und Schorsch. Hallo. Meine Aufgabe ist es, Muster in den Computer einzugeben. Oh. Dann drucke ich dem Muster aus. Hui. Und hier ist noch eine Kopie. Dankeschön. Frau Mieze hat aber eine schöne Arbeit. Darf ich mal probieren? Mir scheint, Schorsch möchte auch mal. Du hast recht, Schorsch. Jetzt bist du mal mit Arbeiten dran. Schorsch tippt blaue Dreiecke. Jetzt drücken wir sie aus. Ich mag Ihre Arbeit, Frau Mieze. Haha. Wollen wir jetzt meinen Platz anschauen? Ja, bitte. Das ist der Schreibtisch von Papa Wutz. Meine Arbeit ist wirklich kompliziert. Ich berechne das kleinste gemeinsame Vielfache und ermittle den größten gemeinsamen Teiler. Die Arbeit von Papa Wutz scheint sehr wichtig zu sein. Hast du denn dafür auch Stempel? Nein. Hast du denn dafür einen Computer? Nein, aber ich brauche dafür Buntstifte. Papa, dürfen wir mit deinen Buntstiften malen? Gute Idee. Peppa und Schorsch malen gern mit Buntstiften. Ich male ein Haus. Schorsch malt wieder mal einen Dinosaurier. Schorsch malt immer Dinosaurier. Sausier. Sausier. Meine Güte, es ist schon 5 Uhr. Jetzt ist Feierabend. Ich muss schon sagen, was für ein fabelhaftes Haus. Und ein grausiger Dinosaurier. Schorsch und ich haben die Arbeit von Papa gemacht. Und noch dazu ganz besonders gründlich. Ich mache gern Herrn Löffels Arbeit und ich mache gern Frau Miezes Arbeit. Aber Papas Arbeit gefällt mir am allerbesten. Der Piratengeburtstag. Klausi Kleff hat heute Geburtstag und er macht eine Party. Alle sind als Piraten verkleidet. Pedro Pony ist als Cowboy verkleidet. Hüya! Ahoi auch, ihr Landraten. Das ist Opa Kleff, verkleidet als Pirat. Hallo, Opa Kleff. Nenn mich Captain Kleff. Hallo, Captain Kleff. Welchen von euch kaputt gebeutelten Piraten dürstet es nach gehörigem Glabauta auf Rauersee? Warum redet er so komisch? Hüya, das ist Piratensprache. Wer von euch feiern will wie ein Pirat, sagt Harrrr. Harrrr. Ist es ein gefährliches Spiel? Nein, Pedro. Opa Kleff hat mir versprochen, dass es ein ganz harmloses Spiel ist. Aber es wird aufregend. Also spielt ihr mit? Harrrr. Dann lauscht meinem Plan. Einst hatte ich einen großen Haufen Gold rechtmäßig gestohlen, aber ich wurde beraubt von einem Captain Wook. Was? Piratensprache ist ein bisschen schwer zu verstehen. Captain Wook stahl meinen Schatz. Oh. Wisst ihr, Captain Wook ist ein furchterregender Pirat. Einige von euch kennen ihn unter seinem Decknamen. Opa Wutz. Ah, Opa Wutz. Der Plan ist, aus Captain Wooks Versteck meinen Schatz zu holen, ohne erwischt zu werden. Hurra. Alle sind begeistert davon, Pirat zu spielen. Hallo Opa Wutz, wir sind unterwegs. Vortrefflich. Vortrefflich. Opa Wutz und Polly Piepmatz bewachen den Piratenschatz. Möge die schwarze Galeone schnell und der Rückenwind mit uns sein. Was heißt das denn? Alle Mann zum Boot. Ho, ho, ho. Pirat. Und stopp, zieht eure Schwimmwesten an. Auf dem Boot von Opa Clef müssen alle Kinder eine Schwimmweste tragen. Dieser lausige Captain Clef sollte längst hier sein. Hier ist eine schöne Tasse Tee, Opa Wutz. Oh, danke Oma Wutz. Na endlich, sind jetzt alle soweit. Herr Captain Clef, ich muss mal ganz dringend aufs Klo. Wo bleiben die denn so lange? Hallo Opa Clef, ich dachte ihr wärt schon längst unterwegs. Ja, ja, wir sind fast da. Ich musste nur noch die Mannschaft zusammentrommeln. Ankerlichten, volle Segel. Allein Captain Clef. Die Kinder sind am Garten von Opa Wutz angekommen. Der Plan ist, den Schatz zu holen, ohne erwischt zu werden. Hip, hip, hurra, Piraten. Psst, Mama. Ich hoffe, dass keine Piraten hier sind. Die haben es nämlich auf meinen schönen Schatz abgesehen. Peppa und ihre Freundin holen den Schatz, ohne erwischt zu werden. Es sind Schokoladenthaler. Alle lieben Schokoladenthaler. Lecker, lecker, lecker. Aha, hab ich dich. Opa Clef ist erwischt worden. Du wolltest mir wohl meinen Schatz klauen, Schurke. Das ist meiner. Ich hab ihn rechtmäßig gestohlen. Oh nein, hast du nicht. Doch, hab ich wohl. Danke, Captain Wook und Captain Clef, für das schöne Piratenspiel. Oh, bitte, gern geschehen. Oh ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Herzlich willkommen, Klausi. Das ist der beste Piratengeburtstag von allen. Haar. Mr. Kartoffel kommt in die Stadt. Peppa und ihre Familie sehen sich Mr. Kartoffel im Fernsehen an. Ich liebe Fitnessprogramme im Fernsehen. Und ihr, habe ich schöne Bilder, die mir geschickt wurden. Das ist ein Apfel. Oh. Oh, ihr wisst es schon. Obst und Gemüse zu essen hält euch fit. Ich bin gut im Obst- und Gemüseessen. Und Sporttreiben ist wichtig. Deshalb werde ich heute auch ein neues Fitnesscenter in der Stadt eröffnen. Mama, können wir da hingehen zu Mr. Kartoffel? Das ist aber weit weg, nur um eine Kartoffel zu sehen. Es ist ja nicht irgendeine Kartoffel. Es ist Mr. Kartoffel. Können wir hin und ihn ansehen, Mama? Bitte. Oh, na gut. Hurra. Alle wollen dabei sein, wenn Mr. Kartoffel das neue Fitnesscenter eröffnet. Sieht mal, der ist Mr. Kartoffel. Mr. Kartoffel. Oh, es ist nur Pepper. Oh. Hallo zusammen. Hallo, Pepper. Lucy dachte, du wärst Mr. Kartoffel. Ich sehe doch nicht aus wie Mr. Kartoffel. Nein, du bist viel zu groß. Mr. Kartoffel ist aber größer als ich. Nein, ist ja nicht. Er ist doch eine Kartoffel. Und Kartoffeln sind so groß. Da ist Mr. Kartoffel. Mr. Kartoffel ist endlich in der Stadt angekommen. Freuen Sie sich nun auf den allseits beliebten Mr. Kartoffel. Hurra. Wo ist das eine große Kartoffel? Ich erkläre das Fitnesscenter für eröffnet. Vorbildlich. Wir sollten alles vortreiben und Obst und Gemüse essen. Welche sollen wir denn essen, Mr. Kartoffel? Äpfel, Orangen, Möhren, Tomaten. Auch Kartoffeln? Ähm. Warum sind sie nicht so klein wie eine normale Kartoffel? Weil er eben keine normale Kartoffel ist. Er hat Beine. Normale Kartoffeln haben keine Beine. Er ist eine Superkartoffel. Wir sehen jeden Morgen ihre Sendung. Das ist gut. Ihr könnt mir gerne ein paar Bilder schicken. Machen wir wieder. Peppa und ihre Freunde sind in der Spielgruppe. Kinder, heute malen wir Bilder für Mr. Kartoffel. Hurra. Ich male eine Ananas. Ich male eine Möhre. Sehr gut. Und was malst du, Emily? Eine Erbse. Wunderschön. Und Petro? Eine Superkartoffel. Oh, verstehe. Und Schorsch hat eine ganz wunderbare Tomate gemalt. Papa, welches Gemüse hast du gemalt? Meinen Papa, beim Fernsehgucken. Fantastisch. Gut, wir stecken jetzt die Bilder in einen Umschlag und schicken sie an Mr. Kartoffel. Es ist Morgen und Zeit für die Sendung von Mr. Kartoffel. Freuen Sie sich nun auf den allseits beliebten Mr. Kartoffel. Wir haben Mr. Kartoffel einen Brief mit allen unseren Bildern geschickt. Haben Sie den Brief bekommen? Er kann dich nicht hören, Papa. Er ist doch im Fernsehen. Oh, ja, natürlich. Ich habe einen Brief voller Bilder bekommen. Diese Tomate sieht sehr saftig aus. Seht mal, das hat Schorsch gemalt. Gut gemacht, Schorsch. Aber das Bild hier von Papa Wutz ist mein Lieblingsbild. Boah, das ist ja mein Bild. Es zeigt Papa Wutz beim Fernsehgucken. Hm, sieht so aus, als sollte Papa Wutz ein bisschen Sport treiben. Äh, was? Na los, Papa Wutz, wir springen jetzt auf und ab, auf und ab. Oh, na gut. Auf, ab, auf, ab. Papa Wutz liebt es, auf und ab zu springen. Alle lieben es, auf und ab zu springen. Die Zugfahrt. Peppa und ihre Freunde machen heute eine Zugfahrt. Herr Löffel ist am Schalter. Wie viele Fahrscheine? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Zehn Kinderfahrscheine und einen Lehrerfahrschein, bitte. Bitte, Kinder, die Fahrscheine nicht verlieren. Darf ich bitte die Fahrscheine sehen? Ähm, mein Fahrschein ist weg. Armer Pedro, du musst besser aufpassen. Da ist dein Fahrschein. Hä, 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 hä. Oh, ho, verliere ihn aber nicht nochmal. Da kommt der Zug. Tuff, tuff. Frau Mümmel ist die Lokführerin. Alles einsteigen. Hurra! Tuff, 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 tuff. Tuff, 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 tuff. Ah noch, ihr sind eure Arbeitsblätter. Oh. Die Kinder sollen nach allem Ausschau halten, was auf dem Arbeitsblatt steht. Ein Boot. Ein Signalpfosten. Und ein Tunnel. Ich sehe Bäume. Sind Bäume auf dem Blatt? Äh, nein. Und ich sehe Wolken. Sind Wolken auf dem Blatt? Nein. Ich sehe Opa Clef. Ahoy-oh! Hallo, Opa Clef. Ist Opa Clef auf dem Arbeitsblatt? Aber Peppa, mein Opa ist doch nicht auf dem Arbeitsblatt. Aber er fährt mit einem Boot. Und ein Boot ist auf dem Blatt. Hurra! Die Kinder haken das Boot auf dem Arbeitsblatt ab. Fahrscheine bitte. Herr Löffel kontrolliert bei allen die Fahrscheine. Ähm, ich habe meinen Fahrschein wohl verloren. Oh je, Bine. Da ist doch dein Fahrschein, Pedro. Du hast auf ihm gesessen. Pass auf, dass du ihn nicht noch mal verlierst, Pedro. Bergauf, fährt der Zug langsam. Hui! Bergab, fährt der Zug schnell. Madame Gazelle, mir ist ein bisschen schlecht. Kann ich bitte nach vorne gehen? Maybe, Pedro. Du kannst nach vorne zur Lok gehen. Tufli-Tap, Tufli-Tap. Hihi! Hallo, Pedro. Fühlst du dich nicht so gut? Möchtest du auch einmal den Zug steuern? Au, ja. Hahaha. Hahaha. Tufli-Tap, Tufli-Tap, der Zug fährt auf und ab. Keuch und schnauf, Keuch und schnauf, Tufli-Tufli-Tap. Hihihihihi. Hihihihi. 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 Ein Signalpfosten. Der ist auch auf dem Blatt. Hurra! Die Kinder haken den Signalpfosten auf ihrem Arbeitsblatt ab. Das Signal hat den Zug angehalten, damit jemand Wichtiges die Schienen überqueren kann. Hup, hap, hap, hap. Es ist Frau Ente und ihre Freunde. Hup, hap, 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 hap. Ha, hap, 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 hap. Männo, wir hatten noch gar keinen Tunnel. Oh, es ist dunkel. Wir sind im Tunnel. Der Tunnel ist die letzte Aufgabe auf dem Arbeitsblatt. Hurra! Hihihihi. Endstation. Alle Mann, bitte aussteigen. Aber Madame Gazelle, wie kommen wir denn jetzt nach Hause? Hoho, Peppa, aber da sind wir doch schon. Der Zug ist einen großen Kreis gefahren. Fahrscheine, bitte. Ähm, Pedro hat wieder seinen Fahrschein verloren. Äh. Pedro? Kann ich bitte meine Mütze wieder haben? Da ist Petros Fahrschein. Ja, da habe ich ihn hingetan. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha! Die Hühner von Oma Wutz. Peppa und Schorsch übernachten heute bei Opa und Oma Wutz. Oma Wutz! Hallo, meine Herzchen. Wiedersehen, bis später. Wiedersehen, Mama. Ich zeige euch mal, wo ihr heute Nacht schlaft. Das war das Zimmer von Mama Wutz, als sie ein kleines Schweinchen war. In der uralten Zeit. In diesem Bett hat eure Mama geschlafen. Oh, ein heftiges Bett. Ihr seid genau wie eure Mama, als sie noch klein war. Ist Mama auch auf dem Bett gehüpft? Natürlich. Aber Mama sagt immer, dass wir nicht auf dem Bett hüpfen dürfen. Als sie ein kleines Schweinchen war, war sie genauso frech wie ihr. Ehrlich? Ja. So, und jetzt gehen wir zu Opa Wutz in den Garten. Opa Wutz! Opa Wutz! Opa Wutz! Hallo, Peppa. Hallo, George. Seht mal hier meine Möhren. Opa Wutz ist sehr stolz auf sein Gemüse. Oh! Und hier sind meine Erbsen. Ah! Aber am allerbesten ist mein saftiger Salat. Oh nein! Mein schöner Salat! Ich glaube, die Vögel haben ihn gefressen, Opa. Ja, Vögel. Und warum hat Herr Vogelscheuche sie nicht weggescheucht? Weil die Vögel, die meinen Salat gefressen haben, sehr töricht sind. Was ist los, Opa Wutz? Deine Freunde haben schon wieder meinen Salat gefressen. Welche Freunde? Tom, Fritz und Martin. Sie heißen doch ganz anders. Oma Wutz hat Hühner. Boah! Sagt Hallo zu Jessica, Sarah und Vanessa. Hallo! Und das ist Günter. Ist Günter ein Hühnerjunge? Ja, Peppa. Er ist ein Hahn. Er ist der Schlimmste. Kratzt mir meinen ganzen Salat weg. Günter tut keiner Fliege was zu leide. Er frisst die Fliegen sogar. Bäh! Und er hat auch meinen Salat gefressen. Du frisst doch nicht etwa den Salat von Opa Wutz, oder? Nicht, wenn es so leckeren Mais zu fressen gibt. Kommt, hier geht's nach Hause. Peppa, Schorsch, möchtet ihr die Hühner mit Mais füttern? Ja, bitte, Oma. Hier, bitte ihr Hühner. Fress nur. Oh, ihr habt ja ein Spielhaus. Das ist ein Hühnerstall. Da legen die Hühner ihre Eier. Eier? Ich sehe aber gar keine Eier. Jetzt nicht. Aber bald gibt es wieder Eier. Oh. Es ist Schlafenszeit für Peppa und Schorsch bei Oma und Opa. Haben die Hühner schon ihre Eier gelegt, Oma? Vielleicht morgen früh, Peppa. Woher wissen wir, wann morgen ist? Günter wird uns wecken und jetzt schlaft mal. Gute Nacht. Es ist morgen. Das ist Günter. Hihihi... Vielen Dank fürs Wecken, Günter! Oma, 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 oma. Guten Morgen, Jessica, Sarah und Vanessa. Habt ihr für uns Eier gelegt? Eins, zwei, drei, vier. Vier Eier, Oma. Dann haben wir Eier fürs Frühstück. Dankeschön, Jessica, Sarah und Vanessa. Gekochte Eier für alle. Hurra. Mh, sehr lecker. Oma, deine Hühner legen ja superleckere Eier. Ja, weil sie immer so leckeren Mais essen. Und auch meinen Salat. Der Talenttag. Peppa und ihre Freunde sind in der Spielgruppe. Kinder, morgen ist unser Talenttag. Was ist ein Talent? Ein Talent ist etwas, was du gerne machst und was du gut kannst. Ich gucke gerne Fernsehen und das kann ich gut. Zeig doch etwas, was die anderen auch gerne sehen würden. Mein Talent ist Gitarre spielen. Die Eltern kommen, um ihre Kinder abzuholen. Vergesst nicht, euch etwas auszudenken für den Talenttag, morgen. Es ist Schlafenszeit für Peppa und Schorsch. Ich kann auch nicht ins Bett gehen. Ich habe noch kein Talent, das ich morgen zeigen kann. Aber du hast viele Talente, Peppa. Ja, ich kann Seilspringen. Ich kann singen. Funkel, funkel, kleiner Stern. Ich kann tanzen. Ich kann mich gar nicht für eins entscheiden. Ich habe ja so viele Talente. Keine Sorge, du kannst dich morgen entscheiden. Na gut. Heute ist der Talenttag. Meine Talente sind Seilspringen, singen und tanzen. Ich habe gestern den ganzen Abend geübt. Also, ich habe gestern Abend Fernsehgucken geübt. Das ist kein Talent. Das hat Madame Gazelle gesagt. Was soll ich dann tun? Wer möchte uns zuerst sein Talent zeigen? Klausi Klöpf? Ich kann Trommel spielen. Ich kann auch noch lauter. Nein, das war wunderbar, Klausi. Pedro Pony, was ist dein Talent? Zaubertricks. Hier ist ein Glas mit Wasser. Es ist nass und durchsichtig. Und jetzt lasse ich das Wasser verschwinden. Bitte schließ die Augen. Öffnet eure Augen. Das Wasser ist verschwunden. Dankeschön. Emily Elefant. Ich spiele jetzt Blockflöte. Und was ist dein Talent, Luisa? Ich kann einen besonderen Ton. Das geht nur, wenn ich auf Zehenspitzen stehe. Das war aber sehr gut. Ja, aber was kann ich zeigen? Molly, was ist dein Talent? Seilspringen. Seilspringen. Ich wollte doch Seilspringen. Aber ich kann immer noch tanzen und singen. Mein Talent ist singen. Funkel, Funkel, kleiner Stern. Aber ich kann ja immer noch tanzen. Luzi Locke, was ist dein Talent? Tanzen. Nein, du kannst nicht tanzen. Oh weh. Tanzen war Peppers letztes Talent. Es ist wunderbar, dass jeder von euch heute ein anderes Talent vorgeführt hat. Also, wer ist noch übrig? Peppa. Ich wollte Seilspringen oder singen oder tanzen. Aber das war alles schon. Man kann viele Talente haben, Peppa. Auf jeden Fall nicht Fernseh gucken. Überleg mal, was du wirklich gerne machst. Ich weiß es. Ich habe noch ein Talent, bei dem ich richtig gut bin. Mal sehen, welches Talent Peppa wohl meint. Mein besonderes Talent, das ich am besten kann auf der ganzen weiten Welt, ist auf und ab zu springen. In Matschepfützen. Peppa liebt es, in Matschepfützen zu springen. Alle lieben es, in Matschepfützen zu springen. Die Reise zum Mond. Es ist ein schöner, sonniger Tag. Peppa spielt Titschball. Schorsch und Edmund Elefant spielen mit ihren Weltraumspielzeugen. Mond, Mond. Schorsch tut so, als ob der Titschball der Mond wäre. Ich habe gerade mit dem Ball gespielt. Au! Edmunds Spielzeug ist auf Peppas Kopf gelandet. Das ist lustig. Fliegt ihr zum Mond? Das ist doch nur langweiliger Weltraumkram für Babys, Papa. Das ist doch nicht echt. Aber der Weltraum ist echt, Peppa. Und es gibt Raketen, die fliegen zum Mond. Im Museum gibt es eine Ausstellung über den Mond. Sollen wir sie uns ansehen? Ja! Aber müssen wir dann wirklich zum Mond fliegen? Nein, Peppa. Wir fliegen nicht wirklich zum Mond. Wir fahren zum Museum. Okay. Das ist das Museum. Hallo zusammen. Wollt ihr zur Mondausstellung? Ja, Frau Mümmel. Fünf Karten bitte. Ihr bitteschön. Genießt eure Reise zum Mond. Oh, wir fliegen ja tatsächlich zum Mond. Nein, Peppa. Ihr tut nur so als ob. Hier entlang bitte für die Reise zum Mond. Herr Löffel führt die Tour. Oh. Bereit machen zum Abflug. Wir tun nur so als ob, oder? Genau, Peppa. Wir tun nur so. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Start. Wir leben auf einem Planeten. Weiß jemand, wie er heißt? Erde. Das stimmt. Ich bin ja auch Experte im Weltraum. Es gibt noch sieben andere Planeten, die unsere Sonne umkreisen. Weiß jemand, wie sie heißen? Ähm... Der Merkur. Oh, sehr gut, Edmund. Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Neptun, Uranus. Edmund weiß alles über den Weltraum. Ich bin ein Schlauberger. Weiß denn jemand, woraus die Planeten bestehen? Die sind aus Pappkarton. Diese Modelle sind aus Pappkarton. Aber echte Planeten bestehen aus Stein und Eis und Gas. Aber der Mond ist natürlich aus Käse. Nein, der Mond ist auch aus Stein. Und das hier ist eine ernsthafte Tour. Also keine Witze. Da wären wir auf dem Mond. Das ist aber nicht der echte Mond. Oder doch? Nein. Wenn es der echte Mond wäre, könntet ihr über meinen Kopf springen. Oh. Weiß jemand, warum man auf dem Mond so hoch springen kann? Die Schwerkraft. Oh, ja, das stimmt, Edmund. Die Schwerkraft hält uns alle auf dem Boden. Auf dem Mond ist sie schwächer. Deshalb kann man höher springen. Wow. Wir tun hier so, als ob wir auf dem Mond springen. Mit Hilfe der Wissenschaft. Das klingt beeindruckend. Wie machen Sie das? Mit starken Gummibändern. Alle werden an Antischwerkraft Gummibänder geschnallt. Auf einem nicht echten Mond zu springen, macht Spaß. Sagt Mondkäse. Mondkäse. Und das ist das Ende der Tour. Bitte hier entlang. Gibt es Bäume auf dem Mond? Nein. Gibt es denn Autos auf dem Mond? Nein. Gibt es vielleicht Mondläden? Nein. Das wäre doch Unsinn. Willkommen im Mondladen. Wir haben Mondkarten, Mondbücher. Wir haben sogar Bilder von Schweinchen auf dem Mond. Mit einem Elefanten. Guck mal. Das sind wir. Wie wir auf dem Mond springen. Wir haben auch Mondstangen. Da ist ein Bild vom Mond mittendrin. Oh. Oder wie wir es mit echtem Mondkäse. Was kostet er denn, Frau Mümmel? Fünf Euro, bitte. Fünf Euro? Alles für einen guten Zweck. Jetzt mag ich den Mond. Er ist nämlich sehr interessant. Und sehr lecker. Ha, 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 ha. ARD Text im Auftrag von Funk